Mir persönlich hilft es sehr zu wissen, dass es ein Herz im Himmel gibt, dem ich meine Sorgen und Probleme anvertrauen kann. Jemand, der mir in meiner Berufungsfindung helfen will. Ich möchte mein Herz, wie Maria, von der Liebe entzünden lassen und allen Menschen zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Jede Familie braucht eine Mutter. So auch wir. Eine Person, die sich um uns kümmert, die immer für uns da ist und von der wir vor allem die Liebe und Güte lernen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!